Heftige Bewegung an den Märkten, insbesondere in Europa, der DAX mal ganz vorangenommen, so stark, dass es sich lohnt, den DAX heute ausnahmsweise mal gesondert zu betrachten, denn da tut sich eine Menge auf. Ich bereite dafür für euch ein DAX Special vor. Schaut euch dazu das eigenständige Video an. In diesem Video möchte ich jetzt mehr auf den amerikanischen Markt gucken, einfach damit wir mal sehen, wie es dort aussieht, denn das Bild ist dort durchaus anders zu sehen als das, was wir in Deutschland aktuell haben. Wir haben heute einen wichtigen Einflussfaktor zusätzlich neben der Ukraine-Situation, natürlich nämlich die Arbeitsmarktdaten aus Amerika. Normalerweise das wichtigste Event, was man sich vorstellen kann auf der Terminseite und dann sehen wir, dass wir heute gute Daten bekommen haben, zumindest mal im Sinne der Arbeitslosigkeit. Die Unemployment Rate, also die Arbeitslosenquote gesunken auf 3,8 nach 3,9 erwarteten und 4,0 zuletzt und auch die Nonfarm Payrolls, also die neuen Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft sind deutlich gestiegen, 680.000 circa bei erwarteten 400.000 nur. Also insofern dort ein deutlicher Anstieg, was es da zu verzeichnen gibt. Man muss dazu sagen, dass die Zahlen durchaus noch viel, viel mehr beinhalten. Ihr seht hier einen kleinen Auszug. Ihr seht zum Beispiel, dass die Stundenlöhne ein bisschen weniger stark gestiegen sind, als das erwartet wurde. Da war also ein deutlich größerer Anstieg erwartet, 5,8 auf Jahressicht, 5,1 ist es nur geworden. Also inflationsseitig ist das Ganze etwas weniger stark jetzt an die Märkte weitergeleitet worden, also an die Mitarbeiter sozusagen weitergeleitet worden. Was das auch immer bedeuten mag, will ich in diesem Video mit euch nicht durchgehen, denn ihr wisst, für die fundamentale Situation ist Markus Fugmann viel besser geeignet, als ich es beispielsweise bin. Und deshalb möchte ich das gerne mit euch jetzt hier am Chart durchgehen und zwar nicht, wie das sein müsste, sondern was die Marktteilnehmer gemeint haben. Also wir haben mal abstimmen lassen unter all den Leuten, die am Markt unterwegs sind. Wie findet ihr die Situation? Und wir stellen fest, im heutigen Verlauf sind die Marktteilnehmer nicht super begeistert. Der Druck ist zumindest mal nicht riesig, aber der Kurs geht nach unten. Viele Marktteilnehmer sind also offensichtlich nicht der Meinung, total klasse, ich kaufe jetzt mal ein, kann nur nach oben gehen. Die Stimmung also eher, was das angeht, jetzt nach unten gerichtet. Aber, das muss man dazu sagen, Nasdaq ist absolut noch in einem völlig normalen Rahmen, nämlich in der Überlegung, vielleicht, das ist jetzt nur mal so ein Angebot, dass wir einfach hier so diese Korrektursituation aktuell haben und sich anschließend das Ganze hier nochmal nach oben eben durch verlängern lässt oder erweitern lässt. Das ist durchaus denkbar, dass das nochmal passiert. Also rechnet damit, dass das Chancen noch nach oben hat. Der Kurs muss allerdings drehen hier nach oben, das ist ganz wichtig. Ansonsten ist das nicht wirklich verwertbar. Also wir brauchen irgendwie was, was den Markt hier entsprechend dreht. Aktuell ist das wohl nicht der Fall. Also mal sehen, ob der Markt es tatsächlich schafft, ob er in die Kurve nochmal reinkommt. Wie könnte das aussehen? Also für mich als Marktteilnehmer wäre es relevant, dass der Kurs hier mal einen richtigen Schub macht. Und ihr seht, alle Bewegungen, die wir hier nach oben hatten, sind sofort gekontert worden mit einer sehr, naja, starken Abwärtsbewegung wieder. Also ihr seht das hier zum Beispiel, das war dreiwellig. Dreiwellig ist eher korrektiv. Und hier war es zwar einwellig, da hätte ich gesagt, Mensch, klasse, wackelig runter. Ja, aber es ist ja nicht wackelig runter. Das heißt, der Markt insgesamt noch nicht auf den Dreh aus. Das kann sich ändern, wenn ihr irgendwie sowas seht und dann wackelig in die Gegenrichtung, dann habt ihr eine gute Chance, dass sich das entsprechend nochmal fortsetzt. Genau darauf solltet ihr Acht geben. Genau darauf solltet ihr schauen. Nämlich, dass der Kurs diese Schubbewegung nach oben hat, die wackelige Gegenbewegung und anschließend hier nochmal die Fortsetzung. Wenn das hier passiert oder wenn nicht dort hier passiert, wo auch immer das Tief dann ist, aber wann immer das passiert, habt ihr eine ganz gute Idee, A, vorläufig mit der starken Richtung. Tipp, das geht übrigens in die Abwärtsseite auch hier im 5-Minuten-Chart. Wenn ihr die dynamische Bewegung nach unten, die wackelige Bewegung nach oben habt, dann ist die Fortsetzung in Trendrichtung die wahrscheinlichere. Leider ist es nicht die sichere, sondern nur die wahrscheinlichere, aber damit kann man doch schon mal arbeiten, dann hat man schon mal einen Ansatz dafür. Gucken wir auf dem S&P 500. Das Bild mehr oder weniger ähnlich, zumindest mal was das Große angeht, sehe ich auch hier die Chance, dass das irgendwie sich vielleicht noch so als eine Korrektur entpuppt und anschließend nach oben geht. Die Chancen sehe ich zumindest mal. Allerdings aktuell null Ambitionen zu kaufen. Ja, wir haben hier eine gewisse Unterstützung. Ich mache es mal etwas größer, weil ich weiß, viele Mobilschauer unter euch, die freuen sich, wenn das ein bisschen größer ist. Ja, im Umfeld dieser Marke, was ist das ungefähr beim S&P 500 Future wohlgemerkt? In etwa 4.280, bitte nochmal vergleichen, aber mit den vierfachen oder dreifachen Tiefs, die wir hier haben, ist das ziemlich auffällig. Das ist eine Chance, dass der Kurs da dreht, keine Garantie. Das heißt, auch in so einem Fall würde ich sagen, okay, da will ich jetzt Butter bei die Fische. Da will ich jetzt sehen, dass der Markt irgendwie steil hochgeht, wackelig runter, damit ich nochmal hochgehen kann. Sprich, vielleicht hier steil hochgeht, wackelig runter und dann nochmal die Fortsetzung. Das muss er aber erst machen. Den ersten Teil, das müssen die anderen Marktteilnehmer machen. Das finde ich unattraktiv, dass ich das machen muss. Ich will, dass die anderen das zeigen, dass sie sagen, nee, nee, komm, ist schon in Ordnung, lass uns mal nach oben gehen. Das ist sozusagen der erste Teil. Dafür gibt es noch keine Anzeichen. Solange das nicht der Fall ist, ist Bullish, ist Kaufen nicht meine Ambition. Man kann es natürlich sagen, oh gut, ich kaufe hier einfach mal und stoppe hier und habe dann halt dieses Risiko und wenn er dann hochgeht, habe ich diesen Gewinn. Aber ihr müsst bei dieser Überlegung damit rechnen, dass die Trefferquote klein ist. Bitte sagt nicht, oh, da waren wir schon dreimal, der dreht da ganz sicher. Nein, das macht er eben nicht ganz sicher. Er macht das durchaus nicht selten. Und ein CRV dieser Art mag das Ganze rechtfertigen. Aber ihr müsst ja damit rechnen, dass es nicht passiert, also nicht nachher enttäuscht sein und sagen, naja, nicht geklappt. Ja, das ist klar, das wird ganz häufig nicht klappen, denn die Wahrscheinlichkeit dafür, dass er einfach so dreht, ist sehr ungewiss. Deshalb mein Tipp in so einer Situation, nicht einfach hier jetzt reingrätschen, sondern sagen, okay, ich kaufe mal, wenn der Kurs nach oben geht und wackele ich nach unten. Ich finde es von der Logik her gar nicht so sehr typisch, denn wir dürfen nicht vergessen, wir haben jetzt die Situation in der Ukraine. Keiner weiß so richtig, wohin das Ganze führt. Wir wissen auch noch nicht, wie die Chinesen, ob die jetzt dann irgendwann sagen, naja, gut, noch sind die Paralympics, aber ich weiß es nicht, was da jetzt nochmal passiert. Die Welt ist sehr unsicher und ich kann mir vorstellen, dass es viele Marktteilnehmer gibt, die dann nicht unbedingt sagen, oh, total unsicher, keiner weiß, was passiert am Wochenende. Das sind zwei Tage, wo wir nicht wissen, was Sache ist. Ich kaufe mal, geht bestimmt hoch. Das klingt zumindest mal mir nicht sympathisch. Vielleicht liegt damit völlig falsch, aber meine Prognose oder ich sage mal Prophezeiung, weil sie hat keinen wirklichen Wert, aber es ist mal eine Aussage zumindest, die könnt ihr dann selber bewerten, dass wohl nicht so viele Marktteilnehmer jetzt sagen, ich kaufe mal vor dem Wochenende, wird schon nicht schief gehen. Nicht in der aktuellen Situation. Aber das hat nichts mit Charttechnik zu tun, das ist nur mal ein Gedankengang, der durchaus logisch sein mag, aber entscheidend ist für mich, ich sehe ja dann, wenn die Marktteilnehmer heute Nachmittag noch das machen, vielleicht sogar das und dann in den Abendstunden noch das, also das wird sich wahrscheinlich ein bisschen hinziehen, aber irgendwie sowas in dieser Richtung aussehend, dann würde ich sagen, naja, wenn sie das brechen, dann wollen sie wohl doch das Risiko eingehen übers Wochenende und dann mag es vielleicht sinnvoll sein. Ich finde es nicht so super sexy, über Wochenende Risiken zu tragen in so einer Marktsituation, aber was weiß ich schon, ich achte also darauf, was die Marktteilnehmer machen, ob ich die Dynamik hochkriege, wackele ich runter, oder ob wir vielleicht heute Nachmittag mit weiteren so wackeligen Gegenbewegungen abgespeist werden, die uns dann eher dazu verleiten, ja, dann gehen wir halt notfalls nochmal short vor dem Wochenende, um die Bewegung nochmal mitzunehmen. Gucken wir abschließend auf den Dow Jones, da ist die Situation grundsätzlich ähnlich, auch hier, wir können das hier im Großen nochmal einfach dieses A, B, C, merkt euch das Muster, ihr müsst gar nicht so sehr die exakten Nummern hier euch angucken, es sei denn, ihr habt den Dow Future auch, so wie ich jetzt hier, dann könnt ihr euch die natürlich gut ablesen, aber theoretisch dieses Verhaltensmuster ist das entscheidende, entscheidende, gar nicht so sehr der exakte Kurs, der uns dann dazu verleitet, entsprechend umzudrehen. Der Dow eigentlich noch ganz okay, eigentlich noch ganz stabil, also die Situation hier nicht so schlecht, zumindest mal jetzt anmutend, anders als beim DAX, ich habe es eben erwähnt schon, aber das ist eine andere Geschichte und dafür habe ich ein Special gemacht, guckt euch das sehr, sehr gerne an, die entsprechenden Links schicke ich dann rum und werdet ihr bekommen, sobald das Ding fertig und hochgeladen ist, dann könnt ihr euch das gesondert nochmal angucken, auf jeden Fall jetzt in den nächsten Stunden, beziehungsweise am Wochenende dann. So, in diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute, toi, toi, toi für eure Entscheidung im heutigen Tag, ich würde ein bisschen Vorsicht warten lassen, am Wochenende nicht unbedingt jetzt mit der vollen Positionierung reingehen, das betrifft nicht meine Engagements im Aktienhandel, was die Einzelaktien angeht, denn da sind wir ja sowohl ein bisschen long, ein bisschen short und das wird sich schon ausgleichen, aber im Index jetzt massiv sich auf eine Seite zu setzen, ist vielleicht ein bisschen riskant, um es mal sehr höflich auszudrücken. In diesem Sinne euch allzeit die richtigen Entscheidungen und vor allen Dingen die richtigen Ergebnisse. In diesem Sinne euch alles Gute und liebe Grüße.